ARD Text im Auftrag von Funk Also dann. And every E is even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. I can't make it, take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love is more than just a game for two. And me, oh, this falling. Wenn ich mein Telefon nicht beführen, ist ja nicht hier alle. Kann man das machen? Das ist nicht wahr. Nein. Nein. Ey, sag mal. Bist du bescheuert oder was? Ja, hast du den nicht gesehen, den Gaul? Deswegen hast du so gebremst. Ja, ansonsten hätte ich den ja zusammengefahren. Was ist denn hier passiert? Der Gaul ist schuld. Ist der links oder rechts lang? Ähm, ich glaub, links müsste er ... So krieg ich den nie. Marie? Marie. Servus, Rosi. So, wenn Neuigkeit, neue Baugenehmigung ist so gut wie du. Wieso, wer baut denn? Ja, der Bauantrag von eurem Haus. Dein Papa will doch das Haus ausbauen. Bestimmt für dich und den Stefan. Oh, hab ich dir jetzt was verraten? Nein, nein, nein. In ein, zwei Tagen müsst ihr Bescheid rausgehen. Entschuldigung, Rosi, blödgefragt, aber das ist doch gar nicht deine Abteilung, oder? Ja, mein, dein Papa hat mich ja gefragt, ob ich dir ein bisschen Dampf machen könnte. Okay, sagst du ihm, die Hirschwürste sind ein Traum, mit ein bisschen mehr Rettung drauf. Der Wahnsinn. Ferti, Marie. Ferti. Hirschwürste. Und warum sagt er uns das nicht? Ja, mei, das war irgendwann einmal so eine Idee von Papa und von mir. Da warst ja du noch gar nicht da. Also da schon, aber nicht auf meinem Radar. Wir alle unter einem Dach. Also so richtig prickelnd finde ich das ehrlich gesagt, Nerns. Ich bin da auch vorbeil, Stefan. Da würde ich auch lieber unter einer Brücke schlafen. Äh, hallo. Wir haben aber schon alle auf dem Schirm, dass ich jetzt auch schon bei meinen Eltern wohne. Ja, aber du bist doch eigentlich die ganze Zeit bei mir. Lieber machen wir da mal Nägel mit Köpfen. Ja, das finde ich super, dass du da jetzt auch noch Stress machst. Jetzt schauen wir erst mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020